Hallo zusammen, mein Name ist Jonas Keller und ich bin im dritten Lehrjahr aus Anlage-Apparatenbauer hier bei BUNOR Maschinenbau. Ich zeige euch heute ein wenig meinen Arbeitsalltag. Kommen wir doch gleich mit. Aus Anlage-Apparatenbauer arbeite ich vor allem mit dem Rohstoff Stahl. Meine Haupttätigkeiten dabei sind das Zusammenbauen von verschiedenen Bauteilen, das Verschweissen, Verschleifen und Verputzen und anschliessend Errichten. Mir hat es schon gefallen hier bei BUNOR Maschinenbau AG, weil wir so ein gutes Team sind. Zudem habe ich schon sehr früh in der Lehre an grossen Projekten für mithelfen und mitschaffen. Ich war schon fasziniert von den riesigen Bauteilen, die wir hier herstellen. Auf das sind wir nämlich auch spezialisiert. Als neuer Lehrling hier solltest du ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringen. Zudem Interesse und Freude am Rohstoff Stahl. Von Vorteil sind auch gute Grundkenntnisse im Mathe. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsablauf erhalten. Wenn es euch gefallen hat, dann bewegt ihr mich auch noch heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020